Hallo und herzlich willkommen zu meinem 18. Let's Play World of Warcraft. Ihr seht, ich habe echt eine Menge an EP bekommen. Das liegt daran, dass ich war vorhin Farm in Westphal, habe ein paar Ledersachen geholt. Und deshalb habe ich durch die Mobs halt eine Menge EP bekommen. Also ihr habt an Quests und geschichtlichmäßigen Sachen nichts verpasst. Es gibt auch noch eine zweite Neuigkeit. Ich habe Glyphen. Einmal die Glyphe, finsterer Stoß. Wenn ich einen kritischen Treffer mache, kriege ich vielleicht, also mit finsterer Stoß, habe ich vielleicht eine Chance, einen Kombo-Punkt zu kriegen. Und die geringe Glyphe ist, wenn ich Sprinten mache, kann ich auf Wasser wandern. Gestern hatte ich ja mein Kriegs-Schnittschlucht-Special. Jetzt bin ich wieder hier im Rotkammgebirge und habe eine neue Quest, da wir Level 18 sind. Wie heißt die denn? Äh, betrogen aus dem Schwarz-Clan. Bleib gegrüßt. Bei Werner können wir eine alte Quest abgeben. Man sieht sie. Und eine neue annehmen. Sogar zwei, das ist doch schön. Auf dann. Mal wettbewerben und Gnolle töten. Ich demonstriere euch mal eben das Sprinten auf dem Wasser. Oh, Entschuldigung. Ihr seht, wir haben hier noch eine Quest. Vom Nazius. Zertifikat des Diebes-Kunst. Jetzt sollen wir irgendeine Tour öffnen. Hä? Diebes-Werkzeug. Und wo ist das jetzt? Da. Ähm. Alters Mühle. Da. Wow, gleich hingeguckt. Erstmal geben wir aber die Botschaft nach Westphal ab. Bei dem Solomon. Hier hast du... Und eine neue Quest. Botschaft nach Dunkelheit. Ah, nicht schlecht. Es wird auch unser nächstes Gebiet sein, für jeden, der sich fragt. Ähm, wir holen jetzt erstmal die Welpen-Schuppen. Die sind zwar etwas schwerer, aber da die so übelst overpowerte Feuerbälle abfeuern. Müssten wir aber trotzdem hinkriegen, wir sind Level 18. Die Blüfen, die ich euch gezeigt habe, habe ich durch eigenen Verdienst mir kaufen können. Ich habe die ganzen leichten Leder verkauft, die ich bekommen habe. Habe dann noch ein bisschen mehr gefarmt und damit ein bisschen geskillt. Nicht, dass jetzt jemand denkt hier. Ich habe mir Gold geschickt. Gestohlenheit. Ran an den Drachen und... Zack. So geht das ganz gut. Und nochmal das gleiche. Zack. Oh, da haben wir tatsächlich die noch in den Kommo rum zu kommen. Nächster Welpe. Oh, fuck. Man darf anscheinend nicht so nah rangehen, weil sonst sind die etwas verwirrt und misstrauisch. Und da muss man einfach mal darauf achten, dass man einen Schritt zurückgeht. So wie es aussieht. Ich bin ja nicht allzu lange Schurke. Ich hoffe, das stört euch nicht, dass ich die Mops immer danach Kirschen habe. Da muss ich... Oh, ach, verdammt. Naja. Einmal fehlen ist auch nicht müde. Ach, wie soll ich mich hier auf die Lerge noch ausweichen? Ich habe nicht mehr Energie. Du schwarzer Großdrachen-Welte. Der dreht sich gleich um. Das ist natürlich blöd, wenn die Mops in die Stehenbleiben einfach so drehen, dass es dann so zur Deko passt oder so. Das verwirrt einen doch schon ziemlich. Top Spin. Oh, fuck. Ich bin mal nicht mehr schon mal tot. Wow, ich habe Tritt gedemptlich geduld. Ach, Mist. Ich bin nicht bereit. Oh, drei Gruppe-Punkte. Und, äh, tot. Wie seht, das geht einigermaßen flott. Die Drop-Manschein auch nicht allzu schlecht. Das ist schön. Oh, nein. Oh. Das war mal nice. Ich glaube, hier war noch mehr. Ich hoffe, wir irren uns da nicht. Oder müssen wir ein ganz schönes Stück zurücklaufen. Oh, Mann. Gucken wir doch einmal nach. Was? Gucken wir doch einfach mal nach. So. Welpen-Bauch-Schuppen. Vier von sechs. Wir brauchen noch zwei. Logisch. Hier müsste es auch noch irgendwo welche geben. Das war verdammt knapp. Man. Also wird ihm unsichtbar machen und dann anschleichen. Das gefällt mir ganz gut. Ja, das ist, das ist schon ganz nice. Anscheinend haben wir sie gerade komplett ausgelöscht. Will ich mal nicht hoffen, sonst... ...haben wir ein Problem. Und die respawnen auch nicht so schnell. So wie es aussieht. Ich glaube, irgendwo müsste hier doch einer sein. Das ist doof. Da unten. Carnickel. Oh, perfekt. Ich bin außer Reichweite. Ich bin außer Reichweite. Tritt ab. Und dann kommen die nach. Und dann kommen die nach gar nicht. Ich weiß nicht wie... ...schaltere ich immer an der Sprache. Es kann doch nicht sein, dass es so wenig von diesen blöden Drachen gibt. Okay, so komme ich nicht so weit. Da! Ah, verdammt. Da hat uns der erste Feuerball getroffen. Und der zweite. Immer haben wir noch so eine Schuppe bekommen. Und hier müsste es also noch einen Drachen geben. Da! Das ist doch perfekt! Anschleichen und umhauen. So. Oh, wir haben tatsächlich einen Drachen gekriegt. Oh nein! Mist. Der hat sich gedroppt. Vielleicht ist am Anfang wieder ein bisschen was respawned. Das wäre ja mal ganz nice. Makellose Marke der Diebeskunst. Die Quest habe ich auch noch nie gemacht. Ist aber auch eine Schurken-Quest. Das wird dann sogar mal für mich ganz spannend. Hm. Ich muss jetzt auch noch irgendwo einen Drachen geben. Verdammt. Es kann doch nicht sein, dass wir alle getötet haben. Blizzard. Das ist ein Bug. Du musst den Bug korrigieren. Ihr müsst den Bug korrigieren. Aus reiner Wut tötte ich jetzt den Eber. Vielleicht gibt es da noch irgendwo welche Schauen wir doch Hey, wir haben tatsächlich noch einen gefunden Das ist ja Weltspitzenklasse Und wir haben es natürlich nicht geschafft In die Verstohlenheit zu kommen Ich habe nicht genug Energie Nicht genug Energie Gib ihn Yo, perfekt Let's give Dings bekommen, Schuppe Das ist auch wieder frei Dann hauen wir mal ab Dann rechnen wir mal Wir haben 16.000 EP Und uns fehlen Oh man, jetzt sind hier überall Diese dreckigen Gibt es doch nicht Vier Stück sind hier Okay, uns fehlen 1800 EP 1800 Kriegen wir Kriegen sogar 2000 Und extrem schicke Handschuhe Aber Füße auch Nee, die Handschuhe nehmen wir mit Und das Beste an dieser Folge ist Ich habe tatsächlich mal an die Stoppuhr gedacht Monsieur Nehmen Sie mir bitte die Welpenschuppen ab Und geben Sie mir dafür die Handschuhe Level up Wir sind Level 19 Scaling auf Trefferwertung Und nehmen unsere Handschuhe Hier sind die doch schon Dann töten wir mal die Schläger Und die Mystiker Die hätte man bestimmt gut Mit der anderen Quest Kombinieren müssen Können Wo man diese ganzen Sachen von denen Holen muss Sind wir aber etwas zu früh Hierher gekommen Naja, selbst schuld Aber da gibt es noch eine Quest Ich kann aber schon denken Welche das ist Ja, Stopp Das ist ein Level 24er Schwein Das schaffen wir noch nicht Darin sind wir auch schon mal verreckt Wer das hier mitverfolgt Weiß welches Schwein ich meine Und alle Anzen Wir wissen das sowieso Die nicht unbedingt Transfriert haben Hey, wurde schon getötet Egal, hätten wir hier nicht machen wollen Da sind schon die ersten Gnolle Die wir gleich töten Ähm Das mach ich dann Bis zur nächsten Folge Ich bedanke mich wie immer Bei allen Zuschauern Lasst ein Kommi da Abonniert mich, wenn ihr wollt Und Dann bis zur nächsten Folge Euer DAP Tschüsschen